Die Welt, wie wir sie kennen, wird durch den Handel angetrieben. In jedem Augenblick werden gewaltige Ströme von Waren, Daten und Rohstoffen bewegt. Mit Fahrzeugen, Schiffen, durch Kabel oder Rohre. Dafür notwendig sind leistungsfähige Netze. Der Unternehmer Jörn Rühlmann schafft dafür die Voraussetzungen. Die Rühlmann Bau GmbH in Arpenburg-Winterfeld. 100 Mitarbeiter, modernste Technik. Das Unternehmen ist damit in der Lage, auch komplexe Bauvorhaben abzuwickeln. Mit Bagger, Bohrer oder Pflug. Innerhalb kurzer Zeit werden Kabel und Rohre zu großen Netzen zusammengefügt. Für Energieversorger, Stadtwerke oder Kommunen. In einem Umkreis von 350 Kilometern verlegen wir alles, was Strom, Daten und Flüssigkeiten transportiert. Und das mit einer hohen Präzision und Termintreue. Voraussetzung dafür sind moderne Maschinen, die haben wir. Ein Beispiel ist der Kabel- und Rohrverlegepflug. Das Ungetüm ist in der Lage, gleich mehrere Leitungen bis zu zwei Meter tief ins Erdreich zu graben. Und das auch an schwer zugänglichen Stellen. Bis zu sechs Kilometer schafft die Maschine an einem Tag. Oder die Horizontalspülbohranlage. Mit Richtbohrtechnik werden Leitungen verlegt, ohne dass dazu ein Graben ausgehoben werden muss. Die Gemeine Pritzelle in Niedersachsen. Highspeed-Internet auch auf dem Land. Rühlmannbau schafft die Voraussetzungen. Verlegt werden sogenannte Multi-Rohrverbände. Leer in die Erde gebracht, werden in die Röhrchen später Lichtleiter mit Luftdruck eingeblasen. Pritzelle ist nur eine Baustelle von vielen. Was aber überall gilt, Rühlmannbau bietet dem Auftraggeber eine Komplettlösung. Die Firma Rühlmannbau GmbH liefert hervorragende Qualität ab. Wir sind damit sehr zufrieden. Und was uns besonders freut, dass wir ein regionales Unternehmen zur Ausführung der Arbeiten gefunden haben. Herausforderung im ländlichen Raum bleibt der Fachkräftemangel. Für die Sicherung der Zukunft hat man sich bei Rühlmannbau daher viel einfallen lassen. Mit Azubi-Filmen wirbt man um den Nachwuchs, geht an Schulen, bietet Praktikumsplätze und ist damit erfolgreich. Derzeit werden zehn Lehrlinge ausgebildet. Hinzu kommt, wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Wir haben ein angenehmes Arbeitsklima. Unsere Mitarbeiter werden nicht nur gefordert, sondern auch gefördert. Kurzum, hier macht es Spaß zur Arbeit. Der Markt verlangt nach Komplettanbietern, nach Problemlösern, die ein breites Leistungsspektrum termingerecht und passgenau anbieten. Genau das kann die Rühlmannbau GmbH. Mit modernster Technik und gut ausgebildeten Mitarbeitern hat sich die Firma zu einem erfolgreichen Unternehmen entwickelt. Wir rechnen mit dem Ausbau der Netze in den Bereichen erneuerbare Energien, Breitband und Elektromobilität. Und darauf sind wir vorbereitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017